Ich bin einfach Phantom, einfach einen großen Grußvertrag. Okay, das reicht einfach als Aussage. Ja, wir haben leider heute einfach dazu gestellt. Wir haben ein Hügel und ich denke, wir haben eure Kamera auf den Kopf. Weil es geht einfach darum, dass hier einfach wieder ganz kurz was passieren kann. Es geht natürlich auch darum, den Gegner des Spielspielers so deutlich zu treffen. Ja, genau so, wenn wir das klanken. Und wir versuchen natürlich auch ein Tor zu schießen. Und ja, also ihr seid wer? Sebastian und Adam. Habt ihr schon mal jemals Fußball gespielt? Ja. Er hat wahrscheinlich das auch theoretisch machen können. Hände aber gar keinen Ball gekauft. Nee, ich werde da nicht mal gehen. Ach komm, lügt doch nicht. Okay, und wir spielen wie, Jessica? Wir spielen zweimal in drei Minuten. Zweimal in drei Minuten. Zweimal in drei Minuten. Und wir spielen an der Sterne-Tritt gegen Bayern München. Das sei im Finale nah. Da ich ja irgendwie ein Trikot anhabe, das hat natürlich auch Ergebnisse, dass man im Moment gerade spielt. Ja, das ist das Rückspiel. Das ist das Rückspiel. Das ist das Rückspiel, was wir jetzt ausprobieren. Ich bin das vorgegangen. Okay. Okay. Gut. Geht doch einfach los. Zeit läuft ab jetzt. So. Geht natürlich auf. Nee, ich kann das nicht. 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 Das ist das Tor. Tor! 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 Gar, Gar stimmt travelers! Ger Himmel, der pareceOME. Den shouted auch Klang der Ball! Tor! Achtung! Auf die Karte! Balli, Mann! Ja, 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 ja! Komm nicht, mein Freund! Hey, hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! Und! Einmal! Yee! Applaus 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 Ronny! Ich bin hier vorne! Wie meint es dir Ehre? Ich bin jetzt gespielt im Reis-Finale vor. Dieses Ergebnis war aber auch ab. Geht's doch so! Oh! Geht's doch! Geht's doch! Geht's doch! Manni! 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 Stopp! Was denn? Entschuldigung, wenn die hier Leute haben, die haben auf jeden Fall gespielt. Oh, danke! Zweite Leitzeit läuft! Noch mal drei Minuten. Weg! Ist das ein Abschluss? Ja, das ist sehr gut. Und das ist sehr gut. Beifall! Verweig! 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 Woppa! Ja! 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 Gewoll! Applaus Jetzt gehts immer noch einmal gemein! Jetzt gehts immer noch einmal gemein! Ich bin gemein! Jetzt gehts immer noch einmal! Jetzt gehts immer noch einmal! Aufmerksamkeit! Ja! Noch 30 Sekunden! Und geht ab! Und jetzt geht es noch mal! Und jetzt geht es noch mal! Let's do! Ein Super! Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank an dieser Stelle, wenn ihr noch ein bisschen rocken über Riena Spieze sieht, in der jeweils an dieser Stelle braucht ihr natürlich zweimal noch den Aufruf gegen Scholz, auch der Schüsselein, Anrufer gegen Strasse und Ritzel und 290 für Wolfgang Kierenfach, den DfW sind Ullimäuer und Franz Beckmann. So, vielen Dank für was hier bei Riena. Applaus Dankeschön! Dankeschön!